Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Pasta mit Miesmuscheln in Weißweinsauce. Rechtzeitig zur Muschelsaison präsentieren Robby und Alex einen Meeresfrüchte-Klassiker, Pasta mit Miesmuscheln in Weißweinsauce, zu Eitel, Pasta, Kolle, Kotze. Klingt für das deutsche Ohr irgendwie nicht so toll, ist aber ausgesprochen lecker. Eine sehr lehrreiche Folge, mit echtem Muschelgrundlagenwissen, präsentiert von Captain Iglo alias Robby. Für drei bis vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. 1,5 Kilogramm Miesmuscheln, 500 Gramm Barwette, Zwiebel, 1 bis 2 Knoblauchzehen, Bunt Petersilie, Olivenöl, Butter, 350 Milliliter trockenen Soave oder auch einen anderen Weißwein Ihrer Wahl, Meersalz oder Salz aus der Mühle und frisch gemahlener, schwarzer oder weißer Pfeffer. Folgende Utensilien werden benötigt. Zwei Töpfe, Messer, Schneidebrett Zubereitung Zunächst die Miesmuscheln abspülen, sortieren und gegebenenfalls noch putzen. Üblicherweise werden sie in Salzwasser eingelegt geliefert, was ihrer natürlichen Umgebung entspricht. So bleiben sie am Leben und sind vor der Zubereitung schön frisch. Die abgespülten Muscheln gibt man nun in eine Schüssel und füllt diese mit frischem Wasser aus dem Hahn. Wenn die Muscheln noch ein wenig Tinte auf dem Füller haben, schützen sie sich vor dem Süßwasser, indem sie sich schließen. Bleibt sie dennoch deutlich geöffnet, sollte man der Muschel nicht über den Weg trauen. Ein weiterer Trick ist, die leicht geöffnete Muschel anzutippen. Dabei sollte sie ebenfalls den Anschein erwecken, als wolle sie sich schließen. Jetzt geht es los, in einem Topf Wasser für die Nudeln, in einem weiteren etwas Olivenöl erhitzen und darin den klein geschnittenen Knoblauch und die Zwiebel leicht andünsten. Dann die Muscheln dazugeben, ein paar Minuten brutzeln lassen und durchmischen. Jetzt ist auch ein guter Zeitpunkt, die Nudeln in das kochende gesalzene Nudelwasser zu geben. Anschließend den Wein zu den Muscheln geben und weitere 4 bis 5 Minuten köcheln lassen. Am Ende noch einen ordentlichen Fetzen Butter auf die Muscheln hauen, dann wird es schmackiger. Jetzt die fertigen Nudeln und die fein gehackte Petersilie unter die Muscheln mischen und mit Pfeffer und Salz abschmecken. Und ab damit auf den Teller. Besonders gut schmeckt es, wenn man mit einer Schöpfkelle noch etwas Sud aus dem Topf über die Pasta gibt. Es muss schmäge. Zusätzliche Informationen, Muscheln vorbereiten. Als Beilagen eignen sich. Diverse Pastasorten. Barget, trockener Weißwein oder Mineralwasser. Diese Varianten gibt es. Weitere leckere Rezepte mit Miesmuscheln. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Wir sind hier in der Zubereitung. Vielen Dank.